Musik Sehr geehrte Damen und Herren, Willkommen zu unserem Club Die erste Frage ist von Georgi aus Russland. Georgi möchte gerne wissen, Was kommt an, was der 8-Jährige Junge nicht kann? Die Antwort auf diese Frage finden wir im gleichnehmigen Buch von Manfred Geyer. Nicht ganz, das ist ein wissenschaftlich populäres Buch, in der Form einer Erzählung geschrieben. Die handelnden Personen sind der Philosoph Manfred Geyer und sein 8-jähriger Freund Toni. Sie unternhmen viel zusammen, zum Beispiel essen zusammen, nach einem verlorenen Hund suchen, das Leben beobachten. Und so entstehen viele Fragen. Wo ist unser Ich? Im Gehirn? Im Herzen? Woran erkennt man eine Pflanze? Warum sind Tiere keine Menschen? Können Maschinen denken? Wie frei ist mein freier Wille? Das Buch gibt die ersten Kenntnisse über die besten Philosophen, wie Platon, Descartes und andere mehr. Und über philosophische Begriffe und Fragen. Und auch, was Kant wusste und was so virtuös konnte, erfahren Sie, wenn Sie das Buch lesen. Die Antwort liegt auf der Hand. Nicht jeder antwortet gleich richtig. Es ist eigentlich sehr schlau. Und Ziel aller Bildung. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.